Es ist so gut, dass er darauf reagiert mit Musik. Ist er doof? So, gib mir deine Brille. Und dann komm her. Haare für einen Jungen? Sag mal, Mädchen hatten wir lila, ne? Was zum... Ja, Luigi, da hätte ich auch Angst. Geh weg. Au, falscher Knopf. Oh, da war ein Herzchen. Grün. Ja, würde passen eigentlich, weil dann wäre es genauso verrückt wie das Lila. Okay, das bringt auch nichts. Ja, aber ich habe ihn doch gerade erwischt. Ich nicht verstehe. Puh! Jetzt wird er so. Scheiße. Ich glaube, das ist jetzt das erste Mal, dass wir sterben. Okay, doch nicht. Das ist mir klar. Oh. Versuch's ja schon. So. Wie Mario-Charaktere sind nicht deins. Ey, willst du mich verarschen? Also nicht du, äh, ich mein, der Stoppen. Der Sinn des Spiels ist, äh, die anderen Charaktere, die in Bildern eingesammelt wurden, äh, zu finden und zu befreien. Das ist mir klar. Das ist mir klar. Das kommt jetzt. Cool. Danke fürs Herzchen. Oh, fuck. Das vergesse ich immer. Der Pümpel. Ja, meinte ich halt dieses Dings da. Ey. Ey. Jetzt hatte ich gerade ich muss sagen, der ist schon nein, nochmal nicht. Auf jeden Fall mal eine größere Herausforderung wie die anderen. Arsch. Oh. Fuck. Das Ziel ist noch nicht so meine Stärke. Achso, jetzt war ich den Chat am Lesen. Gib mir mal noch ein paar Herzchen bitte. Danke. Hör auf zu zappeln, Mann! Oh. Oof. Was ist das? ich lese gleich wieder den chat das war kurz ein bisschen ja ein bisschen konzentrieren so zur abwechslung jetzt aber alle guten dinge sind drei in der regel also das klavier schon mal kaputt noch einmal in die falsche richtung geguckt mario cringe nein ja das ist ein guter kontrast mit geld ja gut ich habe luigi auch nie gespielt aber ich muss sagen luigi gefällt echt gefällt mir echt gut okay drawing for life dank vorbeischauen noch einen schönen abend das liegt dann wie sie nein und voll nicht unterhaltsam und schreien tot ich hole dich gleich wurde ich gleich muss erst mal hier aufräumen warum freust du dich das war nur ein geist mein gott hat der kerl in unordnung es geht ja noch gar nicht alles eingesaugt werden halt da oben sind noch bücher okay kann ich nicht einsaugen hier ist doch bestimmt was versteckt nein warte ja das was die coolste ja 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 komm ich glaube wir gehen gleich meinen job und holen uns doch ein paar sachen kann ich es kaputt machen vielleicht mit dem pümpel echt nee also ich will wirklich von ghibli halt so ziemlich alle gucken will die jetzt so nach und nach einsammeln einsammeln kaufen und sammeln halt und dann auch gucken natürlich da bis jetzt glaube ich nur drei oder vier gesehen deswegen haben noch einiges vor mir wird gern mal ein kuscheltier das aussieht wie ein toad wird ich voll feiern ist voll süß was einen deiner freunde gerettet luigi die geretteten wären bei mir im labor am besten aufgehoben hier sind sie in sicherheit also bringen den tod jetzt am besten zum aufzug es bewegt sich da kann ich damit was tun vielleicht gemeinsam immer auf seite das mit gemeinsamer kraft also was kann ich eben tun hast du das leuchtet echt schade also ich finde bis jetzt ist gut ich habe totoro gesehen chihiro mononoke ich glaube das war es also mir fällt zumindest jetzt keiner ein der noch von ghibli ist das wandelnde schloss habe ich zwar zu hause liegen das habe ich letztens mir gekauft muss es nur mal gucken noch das bis jetzt noch nicht geguckt das kann ich nicht machen ich will nicht mit tod reden oder kriege ich da die ganze zeit tot an was tut das ding ist nix ich habe jetzt gedacht an leuchten aber der tod ist so süß einsaugen kann ich sonst noch irgendwas ach so nein ich wollte nicht das x drücken ich wollte sommer ich verstehe es nicht am tot Oh Gott, wie süß. Noch mal Tod-Weitwurf machen. Und... Gibt so ein Kuscheltier, das aussieht wie Tod? Ich will sowas haben. Das ist voll süß. Entschuldigung, das musste sein. Pilzquälerei. Hey, dem macht das Spaß. Guck doch mal. Guck, warte. Guck, der feiert das. Der mag das. Oh Gott, ist das süß. Hey, warum sagst du dem Bye-bye? Du hättest doch mitfahren können. Oh, der ist so süß. Oh Gott. Und die hat ne Mietze-Katze. Die ist ein bisschen... Viel Glück. Noch nur ein bisschen. Luigi, du hast einen deiner Freunde wiedergefunden. Wie viele Vermisste sind es denn jetzt noch? Aha, zwei Toads und Prinzessin Peach. Ach, und dein großer Bruder. Der ist ja auch noch in Gefangenschaft. Es ist also noch reichlich zu tun. Nun denn, viel Glück. Bye-bye. Die Nummer 6. Aber wir gehen, glaube ich, mal kurz runter. Oh yeah. Und guck mal, im Shop. Schub. Mario kann man da lassen, wo er ist. Ja, das stimmt. Luigi ist cooler. Wenn ich den DS streamen könnte, würde ich sogar vielleicht noch den zweiten Teil streamen. Aber das funktioniert ja leider nicht. Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, da muss man extra... Stimmt, da muss man irgendwas einbauen lassen. Dass es, glaube ich, wie ich das gehört habe, nicht mehr gibt. Oder nicht mehr produziert wird. Und es kostet Schweinegeld. Hör mal, wo ist denn eigentlich tot? Die Boohoo-Finder sind eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine, wir haben eh Geld. Echt? Muss ich mir mal angucken. Davon kaufen wir uns auch mal zwei. Und den haben wir ja noch. Oh Gott, wie süß. Seht ihr das? Wo oben sitzt er? Oh, der ist so niedlich. Entschuldigung. Der ist voll süß. Mein nächstes Tattoo wird ja von Nintendo handeln. Ich glaube, da wird auch bestimmt ein Toad dabei sein. So, was hatten wir jetzt neu? Die Nummer 6, ne? Guck mal, da ist gar keine Angst. Mario! Was kommt jetzt? Jetzt hat er auf einmal wieder Angst. Schieß ab. Das ist voll knapp. Mario? Komm, den kannst du bestimmt einsaugen. Oh. Er ist auch nicht angenommen. Bist du ruhig? Kann ich die kaputt machen? Nee. Nein, danke. Oh cool. Komm her. Komm her. Komm her. Nein. Nein, da will ich noch gar nicht hin. Hallo. Du zeigst mir schon einen weiteren Teil der Map, das geht nicht. Komm her. Da wollte ich noch gar nicht hinden. Nein, da. Na. Ja. Na. 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 In jedem Spiel immer alles kaputt machen. Was lernst du noch, dass ich das machen muss? Das ist so ein Drang. Das hört sich so ein bisschen an wie Tribute von Panem. Ich hab Angst. Hallo? Einmal Müll. Au. Äh, lol, ist da in der Banane ausgerutscht? Ernsthaft? Ui. Noch mehr Popcorn. Hör damit. Oh, warte mal. Kann der sich irgendwie da durchquetschen? Kann sich hier da durchquetschen und dann... Okay, hier kann man nicht mehr durch. Will da hoch. Oh, das wollte ich nicht. Das ist ne Truhe, Leute. Ist die kaputt, Nick? So ungefähr, ja. So. Warum kann ich da nicht hin? Ich kann doch da hin, lol. Komm mal bitte hier rein. Halt. Nimm die Kiste. Yeah. Einmal drehen. Einmal so. Okay, okay. Okay. Oh. Oh. Okay. 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 Erst mal das Licht ausmachen. Was komischerweise von selbst wieder angeht. Ist die Tür, ne? Oder? Hä? Mann. Zielen muss noch gelernt sein. Aber das ist doch ne Tür. Au. Au. Geld. Dankeschön. Gäzchen. Ja. Du bist nehm. Danke schön.